Ich erzähle euch, was soll angeblich wirklich passiert sein, eben. Also in einer Firma mal, wo es keine Stempeluhr gab, damit keine Zeiterfassung, ja. Ich irgendwann mal am Freitagmorgen, der Chef früher nach Hause gegangen, ja. Und die haben eigentlich freitags immer um 12 Uhr offiziell aufgehört. Haben gesehen, ja es ist gar nicht mehr so viel Arbeit da. Also wenn sie ziemlich zügig arbeiten, sind sie bis um 9 Uhr fertig. Okay, gesagt, getan, sind auf einmal alle früher heim. Und am Montag kommt der Chef in die Firma und sagt, ja, heute wird drei Stunden nachgearbeitet. Ihr wisst warum. Ich weiß ja, dass ihr alle freitags immer früher heim geht. Aber ich finde es eine Frechheit, wenn ich auf der Autobahn von jemandem überholt werde, der noch am Arbeiten ist. Ja, dumm gelaufen, würde ich sagen.